In Stellar Blade könnt ihr so ein einzigartiges Outfit bekommen und dafür müsst ihr allerdings etwas tun. Und somit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Das Einzige, was wir hier natürlich machen sollten, ist Fischen. Japp, wir sollen hier einiges an Fische einmal angeln und wenn wir genug Fische geangelt haben, bekommen wir hier dieses Outfit. Einmal müssen wir hier 20 verschiedene Arten von Fischen angeln und einmal hier die Trophäe zu bekommen und 25 Fische angeln, um wirklich dieses wunderschöne Outfit zu bekommen. Und in diesem Video zeige ich dir natürlich alle Spots, wo ihr die verschiedenen Fische einmal angeln könnt, um natürlich einmal die Trophäe und einmal dieses wunderprächtige Outfit zu ergattern. Aber bevor ihr anfängt zu angeln, Freunde, solltet ihr mal dieses Video anschauen, was ich euch einmal oben rechts anpinne, denn da sind die besten Einstellungen zum Angeln einmal erklärt. Ja, das erleichtert uns das komplette Angeln uns gemein. Und bevor ich losstarte, eine kleine Bitte, solltest du neu auf diesem Kanal sein, würde ich mich natürlich um ein Däumchen nach oben und ein Abo sehr freuen. Und bevor ich hier noch weiter quatsche, würde ich sagen, wir gehen auch schon direkt ins Spiel. Viel Spaß! So, meine Freunde, hier ist erstmal die erste Angelstelle, ja. Und zwar fangen wir hier ganz normal erstmal in einer großen Wüste an, wo wir halt auch das Angeln erlernen. Und hier können wir schon so einiges an Fischen holen. Aber bevor wir anfangen zu fischen, ne, ein kleiner Tipp, redet erstmal mit den Herren hier, denn das bringt euch hier gewisse Vorteile. Klar könnt ihr jetzt erstmal hier ganz normal fischen, aber ihr solltet so lange fischen, bis ihr bei ihm einmal was einkaufen könnt. Und zwar gehen wir einmal hier hin, und zwar sind das nämlich diese Angeldaten. Einmal normale Angeldaten und einmal fortschrittliche Angeldaten. Das solltet ihr erstmal im Augenmerk haben, so schnell es geht, bevor ihr überall hin wollt, ja, solltet ihr das als allererstes euch kaufen. Ganz klar, weil das erleichtert euch hier natürlich das Angeln. Einmal für andere Fische und einmal für größere Fische, ja. Nur, dass ihr Bescheid wisst. So, jetzt hier einmal angefangen. So, jetzt redet er noch einmal ganz kurz. Wenn wir jetzt nämlich hier anfangen, so, zeige ich euch mal die Angel. Und zwar, wir können einmal ganz normal hier mit kleinen Garnelen anfangen. Mit den kleinen Garnelen zeige ich euch mal, was ich hier so alles schon bekommen habe. Hier in der Wüste. So, wir gehen Fische hin. Und zwar einmal die ganzen kleinen Fische. Damit kriegen wir hier mit den kleinen Garnelen diese kleinen Fischlein. Ja, und zwar nämlich hier in der Wüste. Wenn wir jetzt unter anderem weiter wollen, dann gibt es hier nämlich schon diese größeren Fische. Dafür brauchen wir allerdings besondere Köder. Besondere Köder, zeige ich euch, die sehen so aus. Damit bekommt ihr dann natürlich dann auch diese drei dicken Fische am Start. Und die könnt ihr natürlich auch bei dem Typen hier euch kaufen. Daher solltet ihr erstmal die beiden Angeldaten erwerben. Ja, und sobald ihr die gemacht habt oder so, benutzt dann erst den besonderen Köder. Weil dann bekommt ihr auch die dicken Fische am Start. Nur, dass ihr hier Bescheid wisst. Und wie gesagt, hier in der Wüste bekommen wir dann ganz normal diese neun Fische. Sechs kleine und drei große. Und ich würde auch schon sagen, wir gehen auch direkt weiter zum nächsten Angelsport. So Freunde, weiter geht's bei Eidos 7. Ja, und zwar geht ihr hier automatisch mal entlang, wenn es Richtung Story geht. Da habt ihr ja diese Uhr, wo ihr dann genau hier das Passwort eingeben müsst. Am besten nehmt dazu das Telefon Richtung Baustelle. Und dann lauft ihr einfach so ein bisschen zurück, dass ihr dann wieder hier automatisch hinkommt. Nämlich bei dieser riesen Glockenuhr. Und hier ist dann der nächste Teich. Und hier habe ich enorm viele Fische rausbekommen. Tatsächlich, wir schauen uns das einmal alle an. Und zwar gehen wir Richtung Fische. Und wie ihr seht, haben wir hier schon zwei, vier, sechs, acht, neun Fische rausgeholt. Ja, und das ist schon krass. Vorher waren es auch neun. Und in diesem Teich waren es wieder neun. Und das hat sich diesmal gut ausgezahlt. Und hier habe ich wirklich nur den Köder Zuckendes Insekt benutzt. Klar, ich habe viele andere auch ausprobiert. Aber die Fische kamen alle gleich, die ich jetzt hier auch schon habe. Und vorher habe ich sie tatsächlich alle mit zuckenden Insekt bekommen. Und zwar ist das dann der Drückerfisch. Dann haben wir den Peitschenangler. Die Makrele, gemeine Meerbrasse. Ein Koi natürlich, sieht schön aus. Getüpfelter Gabelwels. Hier ein Lachs. Und jetzt geht es schon Richtung Heilbutt oder Heilbad. Und den Mondfisch, der ist echt riesig, wenn er rauskommt. So, und diese neun habe ich tatsächlich dann hier bekommen. Und das dann auch nur mit zuckenden Insekt. Ich habe alle anderen auch ausprobiert. Aber, wie gesagt, mit zuckenden Insekt kamen alle direkt. Hier kamen so ein bisschen verschiedene Sachen. Kleinteile halt. Aber hauptsächlich dann hier zuckenden Insekt. Damit ihr Bescheid wisst. Das war jetzt erstmal Eidos 9. Die zweite Location. Und ich zeige euch jetzt somit dann die nächste Location, wo ihr die weiteren Fische bekommen könnt. Und weiter geht es hier bei Xeon, meine Freunde. Und zwar, wenn wir jetzt nämlich hier direkt sind. Ja, hier unter Schlupf. Gehen wir dann hier einmal die Brücke entlang Richtung große Wüste. Und dann sehen wir hier ein Teich. So, und hier habe ich zwei Fische gefangen. Und zwar fliegender Fisch und Wolfsbarsch. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Und zwar sind das nämlich einmal der hier. Fliegender Fisch. Und einmal den Wolfsbarsch. Die beiden habe ich hier bekommen. Und natürlich viele, viele andere auch. Aber halt diese beiden Fische gab es dann hier in Xeon zu finden. Und die weiteren Fische zeige ich euch jetzt. So, und weiter geht es mit dem nächsten Fischspot. Und zwar nämlich hier im Ödland. Hier habe ich nämlich die letzten bekommen. Und zwar, wir gehen einmal in der Datenbank auf Fische. Und hier habe ich dann einmal die gemeine Goldmakrele bekommen. Dann habe ich den Fächerfisch bekommen. Und den Blauflossen-Thunfisch habe ich hier bekommen. Und jetzt geht es weiter zum nächsten Spot für die letzten zwei. Und zwar den kolossalen Fischen. Und weiter geht es hier mit den letzten beiden Fischen, Freunde. Einmal den Walhai und den Dunkle Stois. Den bekommt ihr nur mit dem Fantastischen Köder. Ja, und dafür müsst ihr allerdings eine Quest machen. Und nur wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr diesen Köder benutzen. Und ihr bekommt ihn auch umsonst. Und dann könnt ihr die letzten beiden Fische einmal hier angeln. Und wenn ihr das alles dann gemacht habt oder so, dann bekommt ihr auch diesen Nano-Suite. Ich zeige euch das Ganze mal. So sieht der nämlich aus. Richtig schick. Und den bekommen wir dann als Geschenk, wenn wir dann alle Fische hier geangelt haben. Ja, und es sieht schon richtig cool aus. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Wenn ja, würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Kanal kostenlos mit einem Däumchen nach oben und einem Abo supporten würdest. Ich würde dann auch mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. FreikastTV ist raus. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.